Eigentlich keiner, das kostet zu viel. Wenn einer zu spät kommt, dann der Trainer. Relativ knapp kommt immer die Dänen Jakob und Hans Lindberg. Die Skandinavier, also entweder Hans Lindberg oder Jakob Holm, die sind da prädestiniert dafür. Da gibt es nur eine Kandidatin, das ist Jakob Holm. Er hat ja große Probleme mit Berlin kennen zu lernen und die Zeitpunkte zu finden, wenn man losfährt von zuhause. Bei uns ist definitiv am meisten Simon Ernst. Das dauert so lang und da wird so viel Futter reingefressen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich würde sagen, Simon ist ganz, ganz weit vorne und danach komme ich. Da haben wir zwei Spezialisten, einmal Paul Drucks und Simon Ernst. Am längsten vor dem Spiegel, glaube ich, brauche Silvio. Wer ist das denn eigentlich? Ja, Michi Müller anscheinend jetzt nicht mehr mit der Kurzhaarfrisur. Ansonsten haben wir keine Jungs, die sich zu lange im Spiegel anschauen. Schlechtes Tänzer? Äh, der schlechteste Tänzer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler als Paul Drucks überhaupt Rhythmus hat in seinem Körper. Äh, da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, wir haben schon ein paar ausgewiesene Tanztalente dabei. Ja, da nenne ich mich halt einfach mal. Habe ich noch nicht alle kennengelernt, ich könnte aber auf einen von den Torhütern tippen. Definitiv Simon Ernst. Das ist auf jeden Fall Simon Ernst. Ohne Frage, Simon Ernst. Ja, wenn man ihn sieht, wie er zum Training kommt, dann weiß man schon warum. Ja, ich würde gerne sehen, dass du beim nächsten Mal. Ach, dann komm mal. Okay, auf jeden Fall, wir gehen.